Du malst sehr gerne. Ich male und bringe das Malen auch die Leute bei. Zum Beispiel, wenn ich dir Unterricht gebe, könntest du nach einer Stunde perfekt Tannenbäume, Palmen und alles malen. Wirklich? Nach einer Stunde. So schlecht ist das, wenn man einstarrt? Ja, meine eigenen Techniken. Ich saß auf dem Dachboden stundenlang und habe Technik entwickelt. Fangen wir mal Landschaftsbild. Zum Beispiel auch mit meiner eigenen Technik Berge zu malen. Die musste ich ja, weil Ölmalerei war anders als Acryl. Die, wie gesagt, wenn ich das Fächer habe, die ich beibringe, können innerhalb von ein bis zwei Stunden malen. Das könnte ich in zwei Stunden malen? Sagen wir mal drei Stunden. Aber auch die Vögel finde ich. Die gehen ganz einfach, wenn man weiß wie. Echt? Ich nehme Hilfsmittel. Im Gegensatz zur Ölmalerei kann ich auch die Schwamm verwenden. Ich kann eine Pinsel verwenden. Ja. Wow. Es ist ruckzu zu malen. Pinsel und so weiter. Weil ich würde ja sagen, dieses Bild kriege ich so nie hin. Da kriegst du es. Würde ich sagen. Doch, irgendwann müssen wir gucken und dann machen wir hier mal ein Video mit. Ja, hundertprozentig.